Hey Leute, willkommen bei Was man als Kind nicht durfte und als Erwachsener nicht sollte. Und heute wird es richtig gefährlich. Markus hatte eine super Idee. Der hat gesagt, wir wollen mal ein bisschen klettern, wa? Genau. Und diesmal kann es sein, dass nicht nur ein paar Zähne drauf hin, sondern dass ein bisschen mehr auf der Strecke bleibt. Ja, weil wir klettern heute eine Leiter hoch. Wie hoch ist die Leiter? Ich glaube, der Chef hat gesagt, 31,50 Meter. Also eigentlich viel zu hoch. Der Half-Five-Picer hat ein bisschen Angst, aber ich mache das Unisichert und der hoch. Und wir hoffen mal, dass wir nicht den Brandon Stark machen und danach schön, weil wenn ich sterbe, dann wenigstens mit einer Million Klicks. So, der fängt an? Ja, schnick mal drum. Schnick, schnack, schnuck. Ja, also. Fängt ja schon mal gut an. Gut denn. Fang mal an. Ich erb ja alles von dir, oder? Ja. Ich erb ja alles von dir. Ich erb ja alles von dir, oder? Ich erb ja alles von dir. Top, 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 Top! Jetzt bist du dran. Ach sie, aber ernsthaft eingestellt, Wienmädel. Hat man mal recht gehabt? Nürnungsberuf klettern. Nürnungsberuf klettern, wo man die WC hochtet ist. Hey Leute, hat eure Mutter nicht auch früher mal gesagt? Ich und Markus werden jetzt Ritter und Burg her spielen. Der eine sitzt in seiner Burg und muss den anderen, den Ritter, der das Schwert hat, abwehren. Halt mal kurz. Und ich möchte die Burg erobern. Der Ritter hat noch ein Schild, um sich zu verteidigen. Um das ich denn besser ziehen kann, habe ich mir auch eine Motivation aufs Schild gemalt. Ja? Schreibt mir mal in die Kommentare, wer der Junge her ist, den ich hier auf das Schild gemalt habe. Und wir werden jetzt ein bisschen spielen und zwar Ritter. Ja? 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 Ich würde sagen, hat er nicht geschafft. Also, ich habe mir schon nichts geklappt. Aber der Strahl an sich tut total gut. Ich habe gar nicht abweg gekriegt. Du hast mir Tollschwert auf die Pfote auch neu erworfen. Runde 2. Ach, machen wir mehrere? Wir haben uns gerade entschieden. Runde 2 nur mit... Schwert. Ja, das heißt schnell sein. Nee, nicht schnell sein. Na klar, du. Wenn ich jetzt mit dem Schwert auf dich zurenne, wenn ich dich haue, habe ich einen Punkt. Ich glaube, rückwärts. Na, dein Problem. Ja. Also, wer den anderen haut, hat wieder einen Punkt. Nee, nicht hauen. Du hast mal Punche oder so. Naja, deswegen gibt es aber einen Punkt. 1-0. Wer den anderen haut, kriegt noch einen. Nee. Schau dir vor. Naja... Naja... Ich hab's gar nicht mehr gemerkt. Die Hütte zeigt ganz schön, ne? Aber ich zeig dir jetzt, wie man's richtig macht. Was ist denn das? Oh mein Gott, was ist denn der Kippe? Das war der Kippe, Papa! Halt ja die Burg! Das ist nicht mehr die Kämpfe, Papastfel! Ohne Schmerz hat's keiner geschafft. Die Burg verteidigt! Meine Hose ist klitschen nass. Aber Spaß immer. Schreibt die Kommentare voll und einen Daumen nach oben, wenn ich öfter was mit Markus machen soll. Wir sehen uns Donnerstag wieder. Ich bin übrigens bei Facebook, Instagram und Twitter. Ich kann nicht mehr. Aua, das hat voll weh auf dem Rücken, ey. Wer die Aktion mit der H-Pipe gehen wollt. Hier und nach oben klicken. Und Firmwaren ist hier unten. Also, kich drin!